Wird er jetzt schon angezeigt? Oh, hier ist noch ein Warnzeichen. Stufe 2 Was bist du im Fahner? Oh ja. Fuck. Oh, das war sehr gut. Okay. Aber wie kämpfst du denn? Komm mal jetzt her, Mensch. Easy. Ist da noch irgendwas? Nee. Nice. Nächste Bindungsstufe. Haben wir schon irgendwas geschafft? Oh, die Warnzeichen sind schon weg. Easy. Goal. Gut, da ist ein Flüchtiger. Der ist da. Dann können wir das als nächstes schauen. Hm? Okay. 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 Du bist also der Flüchtiger, der nichts drauf hat. Ja, aber das war das Gefühl, das liegt doch ein bisschen daran. Oh, fuck. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Reagiert. Ja. Ja. Da fängt ja auch nichts. Na gut. Ja, natürlich fällt der denn runter, der Glückspilz. Nee. Ja. Ja. Fuck. Ja, ja. Ich glaube, ich bin mal weg. Ich glaube, ich bin mal weg. Ich glaube, ich bin mal weg. Ja, wow. Gut. Der wäre auch weg. Dann als nächstes hier hin. Ja, also... Achso, ich habe wieder... Kann wieder umwandeln lassen. Okay, machen wir mal. Vielen Dank. So. Warte mal, wenn ich einen Stärkepunkt habe. Geil. Sehr nice. Oh mein Gott. Über den Key-Schaden von Konterfunken. Warte kurz. Scheiße. Egal. Egal. Alles gut. Gleich könnt ihr wieder hin. Oh, Alter. Die haben einen Dicken. Oh. Oh. Bin nicht da. Nee. Oh. Auch. Sy � Was? Ganzhaft. Oh, hi. Oh, scheiße. Ich wollte ihn eigentlich. Komm. Ich kriege er ja da raus. Ja. Ja, echt die Idioten. Solche Flachzwang. Dicke kommt. Bisschen anstrengend im Dicken. Genau. Easy. Okay. Okay. Now come. fuck das war trotzdem gar nicht mal so doof wir haben ihn dicken da weggelockt und könnte hier in Ruhe alle ausschalten sehr gut oh geil ich kann sogar aufladen da ist das Hündchen da ist das Hündchen aufladen wir noch kurz ganz ruhig da könnt ihr gleich wieder hin ich hab hier alles unter Kontrolle klar was ist das für Gott sei Dank hat die klappt oh ne klappt komm her dickerchen das krieg ich wow nein kein Baseball ja komm komm wieder her oh ne noch später muss man denn noch später ach okay nein oh Gott hab ich ihn ja alter der hat mich noch fast bekommen notch okay öffentliche Ordnung hergestellt geil so sind hier immer noch nicht voll okay oh hi okay yes 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 soądañ da joh λλsohn ha wui probably da ocupisch soaste bei so offline pött ok dest reduction gar SPEAKER die Drog sind immer Beschwerden diese dicken Okay, mir fehlt jetzt noch ein Schrein, den holen wir uns jetzt, ne, eine Katze und zwei Schatzshunen. Mhm. Na gut. Gucken wir mal was wir jetzt hier hinkriegen. Sieht noch was? Und zack. Hi. Einmal beten. Okay, verehren. Okay. Das geht immer noch nicht. Okay, und wo ist jetzt der Rest? Jetzt geht der schon wieder los, Leute. Oh, Mensch. Ja, gibt's. Mhm. Im Wasser. Klar, wasserfest, der gibt's oder wie. Das hier. Nix. Nix. Du bist. Nix. Nix. Oh was machst du denn da oh fuck okay xD mb wird das noch nicht fertig ist. Vielen Dank. Gott sei Dank wart ihr hier. So, jetzt fehlt mir noch eine Katze. Und eine Schatztruhe. Gut, wenn wir nicht da in die Richtung mal gehen, ja. Guck mal, was wir hier so finden. Das macht ihr ja endlich die Randale, ne? So geht das nicht, Leute. So geht das nicht. 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 und hier ist nix mehr hat die bergenden nur gott meiner marka post achso ja komm und tschüss ja das ist doch so ein starker naja warum eigentlich ich hatte im grudel wie hier so ein starker ist spürst du den Boden wirklich naja danke so jetzt kann man hier eigentlich rein oder weil hier dann heftiger ist oder ist es einfach nur so na scheint einfach eher nur so ein ding zu sein oh wir sind hier ich bin ein bisschen an die kette zu verscheuchen fuck na komm na kleine katze hallöchen lass dich mal anfassen ja ja good now Vielen Dank. Ja. So. Okay, die Katze war hier. Hier fehlt euch noch was? Wo ist jetzt letzte Truhe? Da ist jetzt wieder die Frage. Aha. Ey, wenn sie das hätten einfach freigeschaltet, ne? Das ist ja so viel cooler. Könnte man das so abklappern, wäre gut. Oder dass sie dann halt mehr Missionen davon spawnen. Achso. Ah ja. Wenn man dann schon sowas macht, dass man sagt, dann kriegt er auch ein paar mehr. Ich kriege ja nur eine. Ich kann die Bindung ja kaum voll machen. Ich mach's. Dann felsche ich über einen Scheiß. Toi? Ne, hier unten ist sie nicht. Aber im Löwefing jetzt ist die Station nicht, oder? Das wäre witzig als Challenge. Nein. Nein. Das war's für heute.